Ich hab nur noch 24 Stück, ich hab 52. Ja siehst du, dann kannst du das nächste Mal einsetzen. Langsam werden's wenig. Willst du damit einfach sagen, wir sind schlecht? Äh, ja. Ja, du hast 89 Kills, Alter, du geiles Sau. Ja, ich geh hier richtig gut ab. Ja, bist richtig gut. Ist der Beste eigentlich, muss man schon sagen. So fair sollte man sein, weißt du. Ich mein, du bist ja auch Support, muss man ja auch sagen. Ja, genau. Heute ist die, heute ist die Gay Edition. Heute halten wir unsere Hand und machen Therapiesitzung. Ich würd's gerne mal deine Hand beim Scheißen halten. Oh, 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 Alter, was für ne Armee. Oh, ich brauch Heilung. Sanitäter. Ich brauch hier ne Salbe hier drüben. Hier brennt's. Achtung, Dr. Gift oder irgend sowas. Alles klar, ist weg. Oh, oh. Ich muss mich zurückziehen. Oh, nee. Mach mal ne Heilung an. Alles klar, ich bin voll gut. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ja, die stehen alle da drüben irgendwie, die lungern da alle rum. Ich baller voll rein in die Massen. Hast du noch ne Chili-Bombe oder so? Ne, gerade nicht. Jetzt, jetzt kommt sie. Jetzt, jetzt. Oh, die sitzt. Niemanden weggeholt, obwohl die saß. Niemanden weggeholt. Krass. Boah, es läuft jetzt besser als gerade eben. Achtung, Achtung, der Garten. Ey, die, ja, ich wollte gerade sagen, der Garten. So, schönes, schönes Ding. Boah, das sind eben gerade hart von hinten gekommen. Das war scheiße jetzt, dass wir so viel Schaden durch die drei Dreckspisser bekommen haben. Ja, die hauen mittlerweile aber auch wirklich gut rein. Ja. Bälle 7. 100 Kills hast du schon. 100. Nicht schlecht. Und man sieht mal, wie viele hier kommen. Weißt du, ich habe 100 Kills, der andere 43, ihr beide auch nochmal. 36 und 26, da kommt schon wirklich extrem viel. Achtung, Ingenieure, ohne Ende. Boah. Ne ganze Armee, ne ganze Armee. Warum habe ich denn nonstop diesen Scheißpaar? Achtung, die gehen wieder zum Garten hin. Ich mache den Garten, ich mache den Garten. Alles klar, sehr gut. Wo sind die denn? Hinten. Die gehen alle irgendwie gerade hinten rum. Oh nein, Teleporter durch die Ingenieure. Ich finde, die Ingenieure sind wirklich am schlimmsten, weil sie extrem viel Damage machen und eben noch den Teleporter. Der Teleporter ist ja genauso wie ein Grabstein. Boah, hier, hier am Dingens, am Garten. Jo, ich sehe, kannst du eine Heilung bei mir machen? Ich habe nur noch 50. Ja, ja, ja. Boah. Einer ist down. Boah, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wenn du kannst, setzt du eine Blume hin. Habe ich, habe ich, habe ich. Deine ist down, hol dir mal. Hinter dir liegt der. Boah, Football-Spieler, Football-Spieler. Ich habe eine Bohnen reingeknöppelt. Ich habe auch keine Wiederbelebung mehr. Boah, shit, man, shit. Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Es geht nicht. Oh nein, ich stehe mitten hier im Smog. Oh, yes, mit meiner letzten Energie. Boah, du geiles Ohr. Jetzt ist nur noch er übrig. Hol mich doch. Ah, nee, mich kann man gar nicht wiederbeleben. Mich kann man gar nicht wiederbeleben. Warum das denn? Scheiße, Mann, keine Ahnung. Oh, nee, Welle 7, bricht uns hier das Genick. Ach, Quatsch. Boah, rechts neben dem ist einer. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Ah, nee. Was können wir denn nicht machen jetzt? Wir müssen uns irgendwas überlegen, ey. Wir müssen die fettesten Zombies hier raus holen. Die fettesten Pflanzen pflanzen, was die Leute auffällt vielleicht. Eis, Eis. Versuch Eis. Und uns echt zurückziehen, wenn es hart auf hart kommt. Allesamt, weißt du? Ja. Alles klar, der hat hier die guten Pilze hin. Den geilen Shad hat er hier drüben hin. Guck mal, die gehen schon wieder hinten rum. Die haben dazugelernt, weißt du? Ja. Die kommen gar nicht mehr hier in die Mitte rein. Die gehen gleich irgendwie hinten rum. Oh Gott, ich bin down. Jetzt schon. Ja, ich hab versucht, die ein bisschen wegzuhalten mit dem Laser. Aber es war vielleicht keine gute Idee. Nee, nee. Und ich komm nicht hin. Da war viel zu viel da vorne. Nein. Dann bin ich komplett weg, wa? Anscheinend, ja. Ach, scheiße. Das war eine dumme Idee, von mir. Ich unterschätze immer die Lebensenergie, die man hat, weißt du? Ja, 100 ist gar nichts. Ja, 100 ist echt nichts. Weil die machen hier wirklich 30 Damage pro Heap. Ja, das ist das Ding. Ich hab auch nur noch 21. Ich hab mich eben getroffen und fast tot. Boah, ich hab nur noch 6. Hier zu dem Feuer-Moll-Team, weißt du? Stell dich daneben. Dann hilft er dir. Nochmal hier eine Bohne. Komm schon. Die muss sitzen. Boah, der lebt noch. Du bist wieder der Letzte. Egal, egal. Nein, nein, nein. Oh yes, ich hab ihn weggeholt. Hol die Blume. Nein. Nein. Ich hab 2 HP. Ich hab 2 HP. Du kannst die Welle schaffen. Du kannst die Welle schaffen. Ich muss mich erst heilen. Das ist kein Problem. Hinter dir, pass auf. Hinter dir, der verfolgt dich, ja? Ja, genau. Du kannst es packen. Kies, Alter. Ich lock die Ball weg. Oh, scheiße, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Oh, das ist ein Glück, dass die langsamen. Genau, immerhin schlagen die nicht auf den... Ich muss mich erst wieder hochheilen. Ich muss mich erst wieder hochheilen. Aber ballern kannst du ja trotzdem schweilen. Nee, kannst du nicht. Wenn du Feuer ist, dann heilst dich nicht. Echt? Ja, hier sieht man es. Direkt unterbrochen. Hast du noch eine Schiebunde? Ja. Wie die sich drei draufstürzen, ey. Guck mal, wie sie es überlebt haben. Es hat nichts getan. Interessiert mich voll. Aber egal, lass es jetzt sein. Ein, 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 ein. Ich habe einen. Keiner schlägt auf den Garten ein. Das packst du. Oh, Alter, der guckt dir voll nah. Oh, Alter. Jeez, der ist super, ihr habt das gesehen, Leute. Geil. Geiler Einsatz. Super gemacht. Geil, Mann. Welle 8. Super gemacht, Junge. Vielleicht sollten wir mal ganz hinten am hinteren Rand genau eine Heilpflanze überwürdig. Na, das haben wir zwei. Ich habe da auch eine hingesetzt. Ja, der eine. Ich habe gedacht, vielleicht hier auch in die Ecke, weil die bleiben doch relativ lange stehen. Jage die Häuptlinge. Oh Gott. Oh nein, jetzt kommen wieder die Extrem. Das kannst du voll vergessen. Scheiß auf jede Herausforderung. Ja, ja. Kannst du voll knicken. Nee, nee, nee. Ja, nicht nach vorne gehen. Ja, nicht nach vorne gehen. Komm zurück, komm zurück. Was ist los? Kommt irgendwie von der Seite? Ja. Okay, hinten ist Heilung. Schau mal. So, Info an alle. Boah, Alter. Da hinten ist der Häuptling. Alles klar, sehr gut. Ey, das ist halt die Scheiße. Ich mache einfach kaum Schaden mit der Blume, weißt du? Ja, es geht. Feuer ist eigentlich gar nicht so schlecht. Boah, da kommen ganz viele Rocklistars und so. Ja, klar, ja, klar. Aber wenn sie dann mir zu nahe kommen, weißt du, auf mich einprügeln und mich ratzvollst weg. Alles klar, hier geht es rund. Ich bin schon wieder beinahe down. Schau dich. Ey, wir hatten hier die Pflanze gegessen. Das ist schon wieder weg. Wurde schon weggemacht. Wurde schon weggemacht. Okay, jetzt haben wir erledigt. Ob wir die denn hier kriegen? Ich weiß es nicht, ja. Oh nein, da kommt ein Schwarzer. Ich habe ihn weggeholt. Geil. Da kommt ein Schwarzer. Geil. Ich habe den weggeholt. Yes. Wer ist der King? Boah, geil. Super. Super geil. Hey, ich weiß nicht, warum von Welle zu Welle ist es unterschiedlich. Gerade eben hatten wir voll Probleme. Ja, ja, es ist halt random. Es ist halt alles hier völlig random. Ich mache mal hier so einen Schleimer hin. Ja, ist okay. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh nein, Spezial Welle, Tackling. Zurück zusammenziehen, ne? Das sind doch die kleinen, oder? Ah, nee, das sind die schwarzen. Afro Welle. Alter. Guckst du dir an, wie sich hier zusammenrocknet. Boah, da ist das aber übel reingehauen, der Pilz. Ja, der Pilz war eben gerade ziemlich extrem. Der war gut dabei. Weg da vor mir, weg da. Das ist versperrt. Kies mir den Weg, weißt du, weil er dumm ist. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich war so vertieft in die Afro Welle. Warum hat denn der den Scheiß-Top auf meinen Kopf gelegt? Wow, wow. Tackling. Tackling. Komm, wir haben sie beinahe. Nein, der Schleimpilz. Nicht mein Pilz. Das ist irgendwie eine dankbare Runde, finde ich. So schwer ist die gar nicht. Nee, nee, irgendwie, wir gehen gerade voll ab. Wir sind... ...voll auf Testo. Ja, auf jeden Fall, ja. So. Das sind auch Unheilpilze. Was ihr gesehen, wie der reingehauen hat. Der hat ja die Hälfte der Welle weggeholt. So, jetzt geben wir uns noch mal ein bisschen den Jackpot hier. Bitte Diamanten. Bitte Diamanten. Nein. Oh nein, nicht schon wieder so eine Welle. Oh nein. Hatten wir Glück. Drei von denen wäre zu extrem. Oh nein. Es war auch übel. Ja, es ist übel, aber drei von denen... Der ist der Schlimmste. Einen Schlag, einen Schlag. Kannst du gar nichts machen. Der kommt da angerannt mit seinem Mast in der Hand und vergewaltigt dich so hart. Der zieht dich mit der Kette über die Straße. Der kennt da gar nichts. Achtung, was bist du? Oh Gott, da ist er schon. Alle drauf, alle drauf. Oh Gott. Okay, ich gehe jetzt auch in den Modus. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, der will mich bratt machen. Ja, kacke, es sind so viele kleine Zombies. Ich bin beinahe down. Ich bin down. Ich bin auch down. Hast du noch eine Wiederbelegung? Nee. Ist auch nicht mehr. Komm schon, Werner, hol mich. Er holt mich, er holt mich, er holt mich. Oh, mich auch, mich auch. Alter, die geile Sohn. Boah! Kannst du den einen holen? Gib mir Deckung! Ich kann nicht! Ich hab mich mit einem Knüppel! Ich hab ihn noch geholt. Irgendeinen hab ich noch geholt. Das wird nix. Nee, nee. Wir haben noch einen Versuch, gell? Ich glaube schon, ne? Ich werd gerade wiederbelebt. Nee. Nee. Ach komm, Alter. Der haut einmal zu. Boah, der ist so übel. Alles klar. Wir brauchen hier wirklich Premium-Pilze da vorne. Ja, ja, ja. Alles, alles, alles am Start hier. Bitte, volles Programm jetzt. Was macht der denn? Setzt hier ne MG-Abse hin. Wieso hier? Ah, Junge. Und hier setzt er ne Haiepflanze hin, Alter. Oh, Mann. Ein bisschen nachdenken. Angesagt, glaub ich. Okay. Also, wir brauchen den Dicken. Weil der Dicke, der rennt dir so extrem hinterher. Der kommt durch die Mitte. Alles drauf jetzt. Alles drauf jetzt. Den müssen wir so schnell wegholen. Jo, MG ist drauf. Ich gebe ne Deckung. Ich geh down. Ich geh schon down. Ich bin durch die Luft geflogen und... Boah! Nein! Geh hinten rum, geh außen rum! Werner, hol mich! Werner! Hier ist Disco-Soup. Wie viel Zeit hast du noch? Nein, ich wollte schon... Zwei Sekunden. Das wird nix. Das schaffen wir nicht. Nee. Das schaffen wir nicht. Es ist unfassbar schwer. Es ist unfassbar schwer. Guck mal, der eine hier rennt allein noch rum. Ich seh ihn gar nicht. Boah! Das gibt's doch nicht. Die letzte Welle. Aber nur der hier. Der kommt einmal angerannt und haut dir so eine vor den Platz. Da kannst du gar nix mehr. Guck ihn dir an, wie er durchdreht. Ich hoffe, mein Name ist halt, wie es geht. Oh, scheiße, Leute. Wir haben unser Bestes getan, aber das ist übel. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und tschüss! Haut rein! Tschau!